Hallo zusammen, ich bin Björn, ich bin im zweiten Lehrjahr als Informatiker fachrichtig Systemtechnik und heute gebe ich dir einen kleinen Einblick in meinen Alltag bei der Galida AG zur Seite. Kommt euch mit! Als Informatiker Systemtechnik steht ein Grossteil von deinen Tätigkeiten drin, deine Arbeitskollegen bei allen möglichen IT-Problemen zu helfen, sei es wie hier am Servicedesk oder direkt am Arbeitsplatz. Das Besondere an der IT-Lehrer bei der Galida ist, dass du im ersten und im vierten Semester das Basislehrer besuchst. Dabei erwirbst du neben der Berufsschule wichtige IT-Grundkenntnisse und führst spannende Projekte durch. Ebenfalls ein wichtiger Teil der Lehre ist das Aufsetzen von Computern und das technische Einrichten der Arbeitsplätze. Was mir an der Ausbildung besonders gefällt, ist die Selbstständigkeit. Das Tolle dabei ist, dass du jeden Tag etwas Neues lernst und dabei ganz neue Probleme angehen kannst. So sammelst du viel Erfahrung und entwickelst dich selber weiter. Zudem schätze ich das familiäre Arbeitsklima bei der Galida. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Alltag als Informatikensystemtechnik bekommen. Falls dich mein Lehrberuf neugierig gemacht hat, bewerbe dich noch heute. Wir freuen uns auf dich! Tschüss! 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 Vielen Dank.